Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um Zcash. Zcash ist eine weitere Kryptowährung, die sich auf tatsächlich die Anonymität ihrer Nutzer fokussiert. Das bedeutet allerdings natürlich auch im Umkehrschluss, wir haben keine Smart Contracts, wir haben keine 50 Milliarden Transaktionen pro Sekunde, wir haben nicht solche ganzen coolen Sachen wie jetzt bei Stellar oder bei NIO oder sowas, sondern wir haben halt einfach eine ganz normale Coin, die wirklich als Währung funktioniert. Im Endeffekt ist Zcash so ein bisschen Monero gleichartig, also sozusagen. Sie machen ihre, oder ihre Lösungen sind komplett anders, aber Zcash hat sehr, sehr ähnliche Konzepte und Prioritäten wie auch Monero, möchte man jetzt sagen. Okay, nun zunächst einmal, was genau ist denn eigentlich so toll an Zcash? Naja, Zcash benutzt Zero Knowledge Proofs. Das ist ein kryptografisches Konzept, was sich verrückt anhört. Das geht im Endeffekt darum, man behauptet Dinge und man kann diese Dinge beweisen, ohne dass man wirklich das offenlegt, was man weiß. Das ist sehr ähnlich zu dem, was Monero mit den Patterson Commitments gemacht hat, nur ist es quasi eine andere Art und Weise, das zu machen. Und das funktioniert über das sogenannte Zcash-Nark-Protokoll. Das muss euch jetzt nichts sagen, da könnt ihr aber gerne mal danach googeln, wenn ihr da wirklich noch mehr Interesse dran habt. Und im Endeffekt ist es dazu da, um Inhalte von Transaktionen komplett zu verstecken. Das heißt, danach weiß niemand mehr, wie viel eigentlich in dieser Transaktion drinnen gesteckt ist. Und das ist das Coole daran. Außerdem ist jede Zcash-Coin austauschbar. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, wenn ich jetzt eine Zcash meine und damit fünf Transaktionen durchführe, naja, danach weiß immer noch niemand, also ist es quasi nicht nachvollziehbar, wo diese Coin herkommt. Ob ich die jetzt gerade frisch gemeint habe oder ob ich die von irgendjemand überwiesen bekommen habe. Das ist das Coole daran und das basiert, oder da kommt auch dieses Zcash-Snark noch ein bisschen zum Einsatz, was das auch mit sich führt. Und ein weiterer Vorteil, naja, es ist immer noch ein Proof-of-Work-Algorithmus, das ist eigentlich ein Nachteil, aber auf der anderen Seite, es ist immerhin kein Mining auf ASIC-Minern möglich. Es geht auf der Grafikkarte, da ist irgendwie, ich weiß nicht wieso im Internet, findet man da häufig irgendwelche Sachen von wegen, nein, man kann Zcash nicht auf der Grafikkarte minen. Ich sage euch, doch, man kann, ich habe es selber schon getan. Und ja, es ist aber kein Mining möglich auf ASIC-Minern, das heißt, es geht wirklich nur auf der Grafikkarte und auf der CPU, was natürlich der Umwelt ein kleines bisschen wenigstens gut tut, also besser als bei Bitcoin zum Beispiel. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, das heißt, Zcash nicht besonders krasse Vorteile, aber wenn man es jetzt als Privacy-Coin verwenden möchte, dann durchaus auch gut. Ich persönlich würde mir natürlich eine Coin wünschen, die alles hat, also dezentral natürlich sollte sie sein, sie sollte anonym sein, sie sollte Smart Contracts beinhalten, sie sollte gleichzeitig aber auch noch bitte sehr, sehr schnell sein, mich quasi keine Transaktionskosten kosten, sollte peer-reviewed sein und so weiter und so fort. Ihr könnt euch die Vorteile selber zusammensuchen, das wäre so ziemlich die ideale Coin, wenn die irgendwann mal auf den Markt kommt, dann haben wir ordentlich was, wo wir investieren können. Aber bis dahin bleiben uns diese Optionen, das sind so ziemlich die berühmtesten Coins gewesen, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe. Wenn ihr noch speziell Verlangen nach ein oder zwei anderen Coins habt oder auch nach mehr, dann schreibt mir das ganz gerne. Aber schreibt bitte nicht einfach nur, ich will mehr Coins sehen, denn es gibt mehrere tausend Kryptowährungen, die ich euch logischerweise nicht alle vorstellen kann, zumindest nicht innerhalb eines Kurses, weil das einfach viel zu viel ist. Aber ja, wenn ihr Interesse an ein paar Speziellen habt, dann schreibt mir da gerne noch dazu, dann mache ich da natürlich auch noch ein, zwei Videos dazu. Alles klar, das soll es erstmal gewesen sein und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.